Hallo zusammen! Heute sind wir wieder hier in Kirchhain im Stadion, das leider etwas in Mitleidenschaft gezogen ist. Der Rasen vertrocknet und trotz Unwetter noch nicht grün. Und sonst leider der Basketballkörper ein bisschen schwer, weil das Unwetter neulich unsere Matten weggeweht hat. Die eine Matte hing an dem Turm, die andere Matte ist hinten über den Zaun geflogen. Aber soweit wieder alles behoben. Das Wetter ist schön, nicht zu heiß und der Max ist wieder fleißig am trainieren. Heute gibt es 10x 1000 auf der Bahn, ein richtig hartes Training. So Max, auf zum 4.000er! So, Max bei seinem sechsten Tausender, der vorher war ein 3.05. So, der Max bricht gleich zu seinem letzten Tausender auf, dem 10. für heute. Wahnsinns Tempo hat er bei den anderen. Zeiten zwischen 3 Minuten und 3.05 pro Kilometer. So Max, auf! Letzter! So, hier kommt der Max und geht gleich in seine letzte Runde. Sieht aus, als wäre es anstrengend gewesen. Hallo Max, lebst du noch? Ja, fast. Fast. Wir machten so einen Scheiß, 10x 1000. Seid ihr wohl verrückt? So, Max muss jetzt erstmal schlafen und ich schneide mal das Video und bis zum nächsten Mal.